Das Studienangebot der FH Campus Wien wächst seit 20 Jahren stetig. Heute bieten wir fast 70 verschiedene Studienprogramme an. Wahrlich eine Erfolgsgeschichte. Doch was an dieser Erfolgsgeschichte ist wahr und was ist unwahr? Starten wir unsere Entdeckungsreise. Wahr ist, dass die FH Campus Wien mit über 150 Partnerhochschulen in aller Welt Kontakte pflegt. Unwahr ist, dass wir dabei nicht immer auch auf den ökologischen Fußabdruck achten. Ich setze mich mit Leidenschaft dafür ein, Studierenden Lust auf Neues zu machen und ihre Talente zu fördern. So entstehen bei uns flexible Studienprogramme und neue Studierendenprojekte und nach der Lehrveranstaltung gerne musikalische Experimente.